Herzlich willkommen in meiner privatärztlichen Praxis hier in Rotenburg-Würmme. Nachdem ich 30 Jahre als Allgemeinmediziner niedergelassen war, habe ich mich jetzt entschlossen, eine privatärztliche Praxis zu gründen, um die Schulmedizin mit alternativen Behandlungsmethoden zu kombinieren. Insbesondere die FDM-Therapie. Weiterhin habe ich mich spezialisiert auf die Applied Kinesiology. Das ist eine Methode, die auf genormten Muskeltests basiert und in der Lage ist, bei unklaren Beschwerdebildern sowohl im Bereich des Bewegungsapparates oder auch der inneren Organe versteckte Ursachen aufzufinden und diese dann entsprechend manuell zu behandeln. Ich freue mich auf Ihren Besuch in meiner Praxis.